Wusstet ihr eigentlich schon, dass es die Ferienfahrschule-Duro auch in Lager gibt? Nein? Kommt mit, ich zeige es euch. Jetzt sind wir in der Fahrschule drin. Hier vorne wird gearbeitet. Hier könnt ihr gerne jederzeit reinkommen, eure Fragen stellen und wir stehen euch Antwort. Und da vorne machen wir den Theorieunterricht. Den zeige ich euch natürlich auch einmal. Nun befinden wir uns hier im Theorieraum. Hier vorne sitzen die Fahrschüler, hier der Fahrlehrer, der den Unterricht auf modernstem Equipment in Zusammenarbeit mit unserem Smartboard gestaltet und somit das interaktive Lernen fördert. Zudem kommt hier nach Lager noch ein Fahrsimulator hin, wodurch du dann das Fahren lernst. Wenn dir das alles gefällt und du mitmachen möchtest, dann melde dich jetzt bei deiner Fahrschulen Lager an. Wir freuen uns auf dich.